ja willst du da unten klatschen oder was? ja warte mal oh ne ich mach mich lieber aktiv dann siehst du mich wenigstens halt mal stehen willst du noch weiter reingehen? oh warte warte ich will das ausprobieren heilung was willst du denn ausprobieren? ob das funktioniert weiß ich mal gesehen ob das funktioniert weiß ich mal gesehen hab das ist ja einfach die klatschen kann ja nicht viel anrichten in der heile Welt ja ist egal vielleicht kriegen wir ja den dauernd ohne dass wir schaden bekommen ja aber ganz viele erze nicht mehr der gang muss nur länger ne ich hab jetzt keine steine erze erze oh noch ein lime cave crystal er glaub ich oh ich luft weakness wer? der lime cave crystal ich hab dich eben mit weakness abgeworfen oh ne ich hab dich eben mit weakness abgeworfen Kostements also auch wenn ich bin ach so so guck voll das war ja das war ja Heilung ? un addition oh Geostrata ein blue cave crystal h als ob man relakt ist hab ich mal gesehen warte 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 der ist aber noch nicht voll, ne? Ja ich weiß habt ihr schon irgendwas geschrei gehört gleiches Geschrei eh ja Ne, oder kommt gleich erst. Ne, kommt gleich erst, gleich kommt dieses Ping-Poing. Tony? 1, 2, 1. Wo bist du? Ah, jetzt kam das. Ich hab den wieder gespawnt. Und? Wollen wir Tony, hier. Er leckt. Alter. Ich hab Angst dazwischen zu gehen, weißt du, wegen den Kräften, die wir haben. Ich muss erst mal was Neues machen. Jetzt auf, ich gehe hier ganz links in die Ecke. Halt, Zombie. Er ist gleich down. Es leckt uns, wir haben nichts. Alter, Schwede. Alter, ich muss weg, ich muss... Oh, Gott sei Dank. Oh, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ich sterbe. Ja, komm. Nein, Alter, ein halbes Herz noch. Wir sollten bei Generation Crystal mitnehmen. Ja, aber das Problem ist, er kann das auch kriegen, ne? Ja, wir können den ja vorher nehmen, bevor wir den bespüren. Geist. Alter, Schwede. Oh, ist das laut. Oh, so. Oh, ja. Oh, ja. Tipptopp. Jetzt haben wir einen Nisar-Star. Komm mal hier. Komm mit. Ne, drüben geht's auch noch weiter. Oh, oh, oh. Ich bin in das Lochheim. Oh. Pff. Ich hab nicht mehr auf den Boden geguckt. Komm hier, sind Säulen. Ja, da bin ich schon gewesen. Ja. Ne, komm mal hier, kommst runter. Hui. Das war's schon mal mit dem Rüser. Oh. Oh. Sehr gut. Wir sind eingespäht. Die kann man lang. Und da ist noch die Giste. Ja, ist lag gerade. Ich glaube, der Server schmiert gerade ab. Oder? Nein, da ist er. Ja, irgendwas läuft bei ihm nicht ganz so. Ne, kann er überlastet. Da sind wir runter vorher. Das war' ich eigentlich nur... Oh, jetzt kann es runter gehen. Ich hab ne... Bienenbewerden. Ich hab ne Bienprinzessin und so. Oh, okay. Ach. Infernal Princess. Und Malkin. Hier sind Spawner. Ja, schmeiß die da rein. Die letzte Spawner. In dieses Ding oben. Was denn was? Wo soll ich die reinschmeißen? In irgendeine Kiste, die hier noch frei ist von den Halskisten. Wo noch Platz ist. Woher? Oh ja, in der Kiste ist das eine Frage. Oh, hier sind sogar... Hier sind sogar so... Jan. Hm. Boah. Ich kümmere mich nicht gerade um. Die Smelter-Wire hier, dass wir... ...das hier fertig kriegen. Oder ist einfach hier in die Diakiste. Das ist... Wie könnte man sich hier drin verlaufen, ne? Hm. Oh, Gold. Du bist in die Diakiste. So, wofür wollen wir hier in dieses Tablox? Scrap. Für die erste Titanium-Spitzhacke. Das heißt, wir müssen Kobalt einbrennen. Darf schon mal zwei Watts rausmachen. Oder, weiß nicht. Lass uns da mal... 10 Watts oder... Ne, acht Watts oder so brauchen. Und dann... Das machen. Hier ist erstmal so ein Raum mit Skelettkraft. Wo wir uns da drin. Da ist ne Musik. Da ist es weiter ausmassen. Das ist rad. Ne, ich habe auch eine. Ah, aber dafür brauchen wir dieses... Tom of... Dingens. Ja, das ist Tom of Alkaest. Aber ich glaube, das findet man nur diesmal. Was? Das ist Tom of Alkaest. Ja. Genau, weiß ich es nicht, aber ich glaube, das findet man nur noch. Ja, das ist bei dir. Junkboost. Und halt für ne... Portal Gun werden wir die brauchen. Ach, das ist so genau. Apropos, ey, warte mal, stopp. Lass uns erst die Portal Gun bauen. Oh, hier ist ein Ender-Spawner. Dann können wir nämlich mehr Whizzer machen. Ja. Wir brauchen nämlich keine Energie mehr, packen wir das. Dann machen wir nicht paar Whizzer mehr und klatschen gleich noch mehr Whizzer. Weiter runter und hab so die kaputteste Ebene gerade erreicht. Ach, da unten bist du. Außerdem können wir die Spitzage schon mal vorher machen. Wir können die später nochmal aufwerfen. Ja, genau. Lass uns das erst machen. Ja, genau. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Enderman. Oh Gott. Oh Gott. Enderman. Ja, ich. Ja, ich hab nur ne heißen Rüstung. Oh. 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 Hi Tony. Hätte sie, oder hat er mich? Hätte sie, oder hat er mich? Tja, hab ich ja hier mit dem Tiersekretel in die Hand. ich brauche ich habe 64 federn ja gut eigentlich 64 und 12 gibt es noch weiter runter tun ja hier ist so hellenebene wie es scheint black weiß wo die sind nein das ist doch nicht ja die sind in den dungeon ihr seid in so einem dungeon hier ist ein endermann der auch noch verzaubert ist und nicht nur das ist da wenn er für spaß hat kriegt er sogar die super überraschung was ich hoffe ja ja da sind die super endermänner nein ich hätte schon schaden zu viel abbekommen eben ja blöd ne roni da war eine kiste dabei kannst du meine Sachen da mal reinlegen äh warte ich habe jetzt so dark albin in Götz was sind diese extremen Endermanns ne ja die viel zu viel Leben haben ne nicht das ist das ist das Problem die haben Effekte es können äh nein das waren die nicht das steht nicht dass die Effekte da haben die haben automatische Effekte ohne dass dabei steht zenters alter ist hier viel Quartz man die Dinger sind so overpowered du weißt hier ein Magma Cube Environment weißt dass das gleich steht hm was 2022 du wirst euchoup ich fição Entweder löst gleich die Falle aus Oder dann die Überraschung kommt Ich finde die Überraschung viel lustiger Vielleicht hast du auch eine Portal Gun Ja, hast du eine? Ich habe zwei Warum das denn? Der FTB Was? Ehrlich? Wie Mimischheit Hast du den mit Mimischheit verdoppelt? Gib mir mal eine Portal Gun bitte Wie OP ist das denn? Aber man kann die danach nicht nochmal verdoppeln Wo bist du vielleicht? Oben Aber trotzdem Wie OP ist das denn, mittelschön? Wie geil ist das denn? Weißt du, aus einer Portal Gun kannst du wirklich nur zwei machen Danach geht es nicht mehr Habe ich gerade ausprobiert Wo bist du oben? Oben im Titanium Raum Bist du eine Ebene weiter oben Als Perler? Ich renne gerade runter LOL Ah ja Was? Signal ist da Ich gehe da lieber nicht hin Die funktioniert nicht richtig Links und rechts klick Muss nicht nur einer Wie? Jetzt bin ich irgendwo Wo wir noch gar nicht waren Tony Ach die Single Colored Warte mal Wir brauchen noch eine Wir brauchen eine zweite Single Colored Wir haben zwei Stück Ja Die musst du zusammen craften Du Idiot Gib mal Die beiden musst du zusammen craften Dann kriegst du jetzt eine Portal Gun Oder so Kannst dich hergraben Ich zeig dir mal die Koordinaten Ich hab doch gar nichts dabei Da sind Kisten bei Gewesen Tony Ja Und Da kannst du dann sonst meine Sachen reintun Okay Scheiß auf die letzte Das ist es Ja Auf die letzte